Ja gut, das ist natürlich so eine Mini-Wiedergeburt, wa? Ja. Hm, jetzt hab ich... Hm. Das ist gemein, ich weiß. Das ist jetzt erstmal das. Und bitte lass mich was Gutes nachziehen. Es ist auch noch die Frage, wieviel Eisbär-Yamatra-Monster-Monster-Monster noch in der Hand hättest, ne? Null. Also man hätte es den Dings gar nicht verwenden können. Shadow Master, das müsste ja wohl YOLO sein, wa? Mein Glück hat sich mal wieder selbst überboten, das ist unglaublich. Shadow Master war YOLO? Ja. Ich hab ja gedacht, du willst einen Dings machen, du willst einen Linko-Rivo machen. Äh, nein, also gerade eben wollte ich den Siemer machen, den mach ich jetzt auch. Und Lucky Bastard, würd ich sagen? Jetzt hab ich halt nichts mehr, aber let's fucking go. Äh. Äh. Der kommt noch drüber. Da steht auch dick und fettes Kart drauf. Und vor allem, nicht Eisbär-Yamatra, sondern Karts, was natürlich ein bisschen doof ist. Hä, jo, kleiner Rand irgendwo. Einen Dux für dich hat das Ding wieder. Ja. Ja, ich weiß. Ich wollte es einfach mal, du hast keinen Dux im Moment, du ziehst keiner nach. Denn ja, und dann hab ich, dann hab ich eine gute Chance. Mit Eisbärm. Ja. Du bist doch gleich viel interessanter, Aswell. Das werden mir einpässt. Bitte, bitte, bitte. Bitte. Ja, und da hab ich gebügelt. Ich hab ein Monster gezogen, was ich dreimal bisher gekriegt hab. Mini top. Ja. Hast du noch was für Mastery denn? Ja. Okay, go smash. Du kannst ja nächst auch noch mal meine Verdeckte zerschießen, dann weißt du, was das ist. Äh, das Link-Thing? I don't know. Worüber hättest du es so nicht machen können, ne? Pass mal auf, jetzt zieh ich einen Tuna nach, ich seh das jetzt schon kommen. Hehehe. Das ist das, da kommt mir einfach das Karma. Ja, fakt nochmal Code hätte ich das nicht gesetzt, hätte ich das völlig zerstört und angegriffen, von daher hätte ich sowieso verloren. Da hast du recht. Weil ich hätte das bedeckte Ghost mit so geschossen. Ja. Boah. Das wär immer witzig. Rematch. Nein! Doch! Muss wieder fünf Minuten Auswahl werden. Ich hab zwei Monster weniger im Deck als Zauberanfallen. Also vergleichsweise. Ich hab... Ja, korrigiere, ich hab 18 Monster halt drinne. Und keins in der Hand. Bisschen tödlich zu meinem Deck. Ich hab eins in der Hand und das ist das Medaille. Und dann noch das Medaille und das Save-Medall alles. Ja, im Gegensatz für die kann ich nichts suchen. Deswegen suche ich mir einfach mal einen Einser. Joah. Hm, was liegt da wohl? Wahrscheinlich der Einser. Nein. 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 Niemals. Jo, Zauberkarte nachgezogen. Ja. Mit dem Einser kann ich auch nicht gewinnen. Du glaub ich drin, Schwester. Oh Gott, ja noch mehr. Ja noch mehr. Ja noch mehr. Ja was, wer freut sich? Jo, du meint. Jo, wow, Julia hat Grütze gezogen. Freu dich, solange du noch kannst. Das wird nicht immer der Fall sein. Äh. Link, Rivo, let's fucking go. Der hat auch nicht mehr ATK, ne? Nein, aber der hat einen Effekt. Ja. Keine ATK, let's go. Beat down. Ich finde schon schön, dass du keine anderen Monster aufspielen kannst jetzt. Äh. Das ist natürlich belastend jetzt, ne? Ich warte mal, bis du angreifst. Musst du angreifen. Ja, wenn ich ein fettes Feld als setupen kann. Aber erstmal muss ich Monster ziehen. Und dann noch irgendwas zum Removal noch. Ey, ohne Scheiß, ich hab auch noch 18 Monster im Deck. Was zum Removal hab ich so bei so bei schon. Den Spade Rip Removal? Ja. Oh. Den Rip. Dann hab ich nix zum Interrupten. Das ist der Film oder der Beatdown. Jetzt muss ich den AR-Transplantate umlegen. Ist ein bisschen doof, wenn du nicht rüber kommst, oder? Ja. Oh, geil. Okay, sei Dank. Ja, das wär ein dummes Fack. Aber... Egal. Let's go. Wie ich hoffe immer. Ich hoffe immer auf alle Beste. 600 Verteidigung. Wie kommst du auf 600? Keine Ahnung. Ich würd mal sagen, ich hab mehr Lebensmittel als du. In einer Runde. Ah, das ist mir viel zu viel Verdade, ja. Ah. Ich hab bisher noch mein einziges Monster... ...in neun Karten ein Monster. Super gemischt! Ich hab gemischt, gestackt. Merk ich. Möcht's aber nur fallen jetzt nur noch. Ja. Also... Ich find's ja irgendwie gut, dass ich... Ich dau... Ich dau's dreimal Zweig, oder was? Ja. Aber ich hab immer noch ein fucking 300 Beats, die da liegen, nur. Ja. Irgendwann ist der nächste Fall, oder? Fallen Beatdown, komm schon gut. Ich hab das Gefühl, du hast da einen Ikaros liegen. Hab nicht ein Gefühl. Täuscht dich dein Gefühl? Hm, man weiß es nicht. Ich find's eher schlimm, dass es bisher keine ordentlichen Wind-Dings-Monster gibt. Link-Monster. Es gibt EIN' Wind-Link-Monster und das kann ich nicht machen, weil das zwei Cyber-Earth-Monster brauchen. Also hab ich dir das Ding in Angriff, der den angreift, dann haben wir den Sinn und lange kackert. Ah. Tja. Ah, Consonance. Was? Randy Stock. Krass. Och, scheiße. Rip-Strikes. Rip-Strike in vorne. Puh. Ah, schön, da hast du die Regeln verletzt. Ich hab immer noch einen Strike. Ja, eins von beiden ist auch okay. Aber die andere ist auf eins. Ja, aber ich muss immer ziehen. Nach drei Runden. Ja, jetzt kann ich mir 300 Attacken machen. Ich dachte, du hast, wir haben gesagt Mega-Band fürs Main-Dag. Ist dir denn fallen? Ups, ich muss wahrscheinlich ein Warning rausschweißen. Sorry, hab ich vergessen. Jolo meint gerade für sie an, wie gerne wir uns ein Beat dauern. Ja, geht in etwa die Richtung. Okay, wieder fertig. Moment. Ich... Wieso? ... ... Heiliger. Ich bin schon wieder failst. Du bist schon wieder failst, genau. Ahem... Oh, mein... Machen wir das mal nach einer nach. Drei Runden hintereinander bricken. Im ersten Drain hatte ich einen Monster in der Hand, im zweiten gar keinen und im dritten auch keine. Yay! Machen wir das mal leider nach. Das kann niemand. Ich hab ne OP eröffnet. Ja, Judo, es ist mir auch leid. Die Kommas, also die nicht vorhandenen. Was? Ivo, was? Ja, Judo hat schon wieder verpeilt, Kommas zu setzen. Verregt, David. Verregt. Das Spiel hasst mich. Schmeiße Verlangs ab, Ziel. Verlangs nach. Ich hab erst deine Verlangs nochmal nachgezogen. Sobald ich einen Dux kriege, hättest du, glaube ich, ein Problem. Ich hab nichts mehr. Ich hab nichts mehr. Hm? Ich hab nichts mehr. Ich hab nichts mehr. Niemals. Du bist ein Problem, aber das ist ein anderes Thema. Ah. Du könntest aktuell Mr. Boy machen. Ich will ja auch heißen Mr. Boy machen. Mehr Sitten. Das ist besser als gar nicht unser Pitonraber. Iiii, besser. Das ist Eisbarriere beatdown. Und wer ändert alles. Oha. He he. Kommt grad zu, was. He he. Boah, dass man überlegen muss, immer über Fucky Glinko rüberkommen, ist ein Traurig. He he. He he. Let's go. Null. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt geht's los. Nobody fucking cares. Dead. Aha. So ein bisschen billig, oder? Tausender. Tausender. Lux. 1100. Phalanx. Achso. Scheiße. Ist das völlig sauunterlegend, das Ding dann auch mal anzugreifen. Ja, ich weiß doch nicht, wie viele Verteidigungen die alle haben. Die haben bestimmt mehr als Null. Mehr als 300 auch. Ist ne gute für alle. Ja, Yorona have fun. 60 Karten Eisbarriere. Was? Wieso machst du nicht einfach mal Hidden Arsenal Deck? Mit den Arctives von Hidden Arsenal so zusammengepackt in einen Deck. Mit 60 Karten. Ja. Das wäre halt Vylon. Naja, er macht ja immer Mischung. Hier Vylon. Ähm. Jurak. Steel Swarm. Eisbarriere. Verkenneltee. Denken wir es mal noch. Wee Star Boy! Das ist langsam, ne? Betreibst glaub ich ein bisschen. Oh mein Gott, ist das... Ich kann extra Link machen. Nein. Nein, kannst du nicht. Willst du wissen wieso? Nein, ich will keinen Strike sehen. Nein, ich will jetzt extra Link. Nein. Links extra Link schaffst du nicht. Willst du wissen wieso? Ach. Die müssen aufeinander zeigen. Und außerdem müssen das 5 sein. Das heißt nach oben, nach unten, links, rechts und dann wieder oben und unten. Nein, die müssen einfach nur mit anderen verbunden sein. Nein, müssen sie nicht. Ist hier auch ein Wiki so drin. Sonst kannst du ja mit 3 Monster ein extra Link machen, Alter. Ja, kann sein, theoretisch. Kannst du nicht. Aber es gibt noch keine Monster, mit denen du das machen kannst. Das geht generell nicht, aber schön, dass du es nicht weißt. Das ist generell nicht so. Viel Spaß beim Angreifen. Ich meine, überall wo du stehst, kurz steht halt, dass die es aufeinander zeigen müssen. Also, was steht bei Dings drauf? Co-Link müssen die alle sein. Wenn man das so kennt halt. Natürlich. Ihr habt natürlich alles zum Special. Ich hatte gerade 4 Monster-Set. Irgendwas muss ich haben. Ich möchte mich. 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 Ich möchte mich.